Was? Wer bist du? Wer bist du, Beutel? Bist du am Wasser? Ja, ich bin am Wasser. Die sind anderen. Ja, danke. Da ist noch einer. Da ist noch einer im Gebüsch. Lebst du noch, Matze? Ja. Jetzt werden wir von den Camper erschossen. Ja, das ist blödlich. Ah! Ich hab's gewusst. Nein, Sprenger, spring dich! Keine Ausdauer mehr. Bist du tot? Nee, ich leb noch. Ah, gut. Der ist auf der Straße, am Krankenwagen. Es sind zwei. Ich bin gleich tot. Schlag mal nach. Der trifft nicht der Idiot. Ich glaube, ich hab ihn gar ausgemacht. Ich glaube, ich hab einen Erschossenbeutel. Einer lebt noch. Am Krankenwagen. Am Krankenwagen ist der. Aber ich bin gleich tot. Ja, ich hab ihn erschossen. Ich komme von hinten. Am Krankenwagen. Am Krankenwagen immer noch. Hinten am Krankenwagen ist der. Okay, wir haben nämlich nicht eine Zange. Aber da ist noch einer irgendwo. Oh ja. Ich hab halt nichts zum Haien. Oh, ich bin tot. Oh, jetzt. Ha. Hast'n? Nee. Einen hab ich erschossen von diesen Säcken, Junge. Den hab ich schön in den Schädel geballert. Ey, drei Mann dort. Und die schaffen's nicht, über uns zwei läppische Skeffs über den Haufen zu schießen. Ich hab jetzt bestimmt zwanzigmal auf den Idiot geschossen, ne? Der hat mich nicht gesehen. So, ey, was ist los? So. Ey. Das Telefon. Es killt mich, Alter. Bestimmt über die Oma meiner Frau. Ah, meine Frau ist reingegangen. Sehr gut. Nein, sie ist doch nicht reingegangen. Alter, scheiße. Oh, ey. Und die Oma. Die hat Ausdauer, sag ich euch. Ach so. Ja, 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 oh ja. Einer ist da. Sind's ja zwei. Das ist der Wahnsinn. 37 Grafikkarten und du produzierst mit Ach und Krach zwei Bitcoins am Tag, die ja übrigens auch nichts mehr wert sind. Die ganze Investition war für den Arsch. Ich kann mir meine Bitcoins in den Arsch stecken. Das erinnert mich irgendwie an Pulp Fiction. Er hatte die Uhr in seinem Arsch. Zwei Jahre lang in seinem Arsch. Also. Ja. Oh. Oh, da ist aber auch noch was anderes. Oh, da ist Besuch. Da gibt's Besuch. Lauf mal weiter, oder? Kommt schnell. Das ist aber bloß Pistol, oder? Nein, weil der es riskiert. Also ich würde hingehen, aber... Ja, los, los. Komm, scheiß drauf. Dann sind die gar keine Leiter weg, aber... Oh. Von hinten, von der Tanke? Ja. Ja, von der Tanke wird irgendwo geschossen, ja. Au. Au. Mit der Shotgun schießt da einer. Das ist aber, glaub ich... Ist das ein Scaff? Ich seh ihn nicht. Ah. Oh, hier ist ein Scaff? Ja, der schießt schon an sich. Au. Ich geh mal unten lang. Hast du ihn? Nee. Hat da nicht... Hat da nicht ein Spieler noch geschossen? Ja, ich... Ja, kann sein, aber... Scaff ist Minus. Okay. Okay, wir kommen aufs Gelände. Ich bin hinten am Pier. Komm jetzt hoch. Ja, 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 ja. Wir sind vorne am Eingang. Ich geh hinten. Au. Au. Im Haus, im Haus. Ja, tot, tot. Wieder tot. Achtung, ich bin auch im Haus. Ich müsste mir wie beim Rednerpult wo ein Glas Wasser hinstellen, wo ich immer mal zwischendurch bedächtig nippe und eine kleine Redepause einlege und prüfend ins Publikum schaue, ob auch alle zuhören oder schon die ersten Leute eingepennt sind. Wo ich dann so gleich auf den Rednerpult, auf das Rednerpult schlage oder voller Inbrunst um sie aus ihrem unverdienten Schlaf zu reißen. Weil wenn ich rede, hat keiner zu pennen. Da ist er, der Beutellino. So. Jetzt geht's wieder zu zweit in den Kampf. Oh, da vorne ist einer. Also. Oh, da vorne ist er, der Beutellino. Da ist noch so ein scheiß Geff. Kann dir halt was mitbringen? Ich hab doch gerade auch. Ehh, Quatsch. Aber auf, äh. Wo ist es denn? Mach ich so viel fressen oder was? Auf Shoreline weiß ich gar nicht, wo man da eigentlich, außer im Reservat, wo man da was zu essen findet, gibt es eigentlich gar nicht so eine Stelle, ne? Shoreline weiß ich es auch nicht. Na gut, vielleicht das Kackdorf dort. Im Reservat, du willst doch nicht, bei den Indianern, Alter, das ist das Ressort. Das ist ein Erholungsplatz. Gein Gefängnis für Indianer, Alter. Bist du hier vorne in der ersten Paracke oder hin? Ne, ich bin in der zweiten, aber ich komme jetzt zur ersten. Okay. Ey, ohne Scheiß, mein Scaf ist schon viel besser geskillt als mein PMC, ohne Scheiß. Ich bin übelst schnell. Ich fühle mich gerade wie Willer. Mann, er will nicht rein. Arschlecken. Ich komme vorne zur Tür rein. Ich bin schon drin. Jo, ich auch. Kommst du rein? Ich bin drin. Ah! Wo? Da ist einer drin. Boah, ich hatte die Knarre wieder auf Single-Fire, Alter. Hä? Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Wir sind gestorben. Dein rotes Schießpulver ist weg. Mist. Ja, hier in der Stopp war ich noch einmal bis jetzt gewesen. Oh, da ist ein Scaf. Oh. Du bist nicht tot, oder? Der hat mir gerade ein Handy gegeben. Was? Der hat mir selber ein Handy gegeben. Alter, kann ja wohl nicht sein. Was ist da los? Was ist da, Matze? Ja, ich hatte ihn. Hier ist ein Stash. Ne? Hier an der Ecke. Und ich habe die Musik schon... Da ist gerade drüber gerabbelt, Alter. Hier, hier. Warte, ich verstecke mich mal kurz. Ich kriege da rein. Kann man da rein kriechen, sage ich mal. Tatsache. Beutel, ich habe mich versteckt. Hier bleibe ich bis zum Ende des Raids. Und wenn einer kommt, schieße ich ihn ab. Willst du mit rein? Kommst du mit rein? Na, kommt der, weil da knallt uns jetzt zwei und alle drin ab. Na, eine Granate rein. Oh, es schießt. Scheiße. Ich muss die Musik ausmachen. Ich höre nichts. Von wo? Ich renne mal weg. Hast du es lokalisiert? Oh, es schießt immer noch. Ich renne Richtung Skefturm. Von wo schießt das? Weißt du es ungefähr? Das weiß ich nicht. Ich schätze mal oben am... Am Turm da hinten? Ja, ich bin jetzt Richtung Skefturm gerannt. Ja. Also von dir aus gesehen, hinter dir quasi. Du kannst doch da drin liegen bleiben und warten, bis der Typ kommt. Vielleicht verfolgt er mich ja. Na gut. Kann ich rausschießen? Ja, wunderbar. Habe ich etwa... Doch, ich habe Kopfhörer auf. Ich bleibe hier erst mal so sitzen. Der wird sein blaues Wunder erleben, wenn ich aus meiner Hunde da raus... ...hin über den Haufen schieße. Ja, wie machen wir es jetzt? Wir müssen ja eigentlich in die völlig andere Richtung. Wir müssen ja einmal... Ja, ich komme hier raus aus dem Ding. Ich halte es da nicht mehr aus. Ich kriege keine Luft. Platz, alles. Ich renne mal... Hier hoch. Lauf. Das heißt hoch. Ich renne... Schießt du? Ja. Auf wen? Den Typen da oben. Was heißt oben? Ich komme jetzt... Oben auf den Berg. Au, au, au. Ich kriege schon wieder aufs Maul. Au. Ja, ich bin tot. Ich habe ihn. Das sind zwei. Da ist einer, der kommt vom Scaff-Bomb. Das ist auch noch einer. Ja. Aber ich habe ihn wirklich ordentlich eingeschränkt, dem Wichser. Ich habe ihn umgelegt, den Hund. Tyne-K-M heißt der. Warte mal, sei mal ruhig. Der Prärwolf hat dir da vorne geschrieben. Wann's geht? Ich habe eine Grafikkarte. Geil. Wirklich? Ja. Quatsch. Ja. Mach deinen Secure-Case frei, Bruder. Da ist frei. Und schmeiß eine Weste hin. Er schießt ihn ja so rum. Keine Ahnung. Ich weiß, die Brache ist dumm. Hast du wieder in dem Raum die Grafikkarte gefahren? So, nimm. Steck's da ein. Okay. Ich dachte, sauber. Vorne an. Was ist das? Oder was ist das? Schass. Er ist tot, ja. Da kommt noch einer. Mann, Mann, Mann. Da kommt noch außerhalb der Ecke. Was da los ist. Aber wieso gehen wir denn jetzt hier rein? Wolltet ihr nicht zum Lager? Klar. Okay. Oi, 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 oi. Da ist der liegt. Wer war das? Achso, das war ein rotes Armband. Rotes Armband, genau. Hä? Alter, wieso hast du ein rotes Armband, sag mal. Ey, das war ein Beutel. Hier ist noch einer. Der ist tot. Okay. Sehr gut. So, jetzt guck ich mal rüber. Oh, da ist er unten, ja. Wo unten? Äh, Auto rechts unten. Schieß ich Granate. Achtung, Granate. Nee, warte. Alter, bist du verrückt? Ich lebe hier noch. Hast du Granate geworfen? Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot, er ist tot, er ist tot.